Es war eine kurze Nacht, wir sind schon wieder auf dem Set und es sind heute ganz viele Leute hier, und zwar folgende. Hallo, ich bin Susanne von Hüslernest und bin die Projektleiterin bei dem Videodreh. Hallo, ich bin Claudia Röner, ich bin Visagistin und heute machen Wohren mit dir. Ich bin Fadri und ich mache Regieassistenz. Hallo, ich bin Patrick, ich bin Tonmeister, ich mache Wohren. Ich bin Nicola von Gangrugen und mache heute Regie und Kamera. Ich bin Dariela Käslin, ehemalige Kunstordnerin. Meine Aufgabe heute ist, Videos aufzunehmen bzw. Texte zu sprechen für physiotherapeutische Tipps und Tricks. Musik 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 Und dann 3, 2, 1, Action, einzuschreiben! Wir haben jetzt gerade den ersten Teil durch. Jetzt hat Ariella auf dem Stuhl sitzend ganz viel zur Kamera gesprochen und die Übungen erklärt. Jetzt bauen wir das Set um. Jetzt kommt der zweite Teil, wo Ariella noch Übungen und das Workout vorzeigt. Für das müssen wir das ganze Set etwas zurücknehmen, weil wir mehr Platz besuchen. Ich habe noch ein Lauf. Ich habe noch zwei Lauf. Es ist jetzt halb 6 Uhr. Wir haben alles im Kasten, wo wir müssen. Es war ein super Drehtag. Jetzt hat alles super geklappt. Jetzt gilt es, alles wieder aufzuräumen. Man sieht, es steht noch ganz viel rum. Dann alles aufräumen, alles ins Auto verladen und dann den Raum wieder so zurück erstellen, wie er war. Damit wir heute auch noch einmal nach Hause kommen. Und ich möchte auch bei dieser Gelegenheit noch einmal festhalten, dass wir auf die Minuten genau fündlich sind nach Drehdossier.